Aus dem Zahnarztleben. Das ist ein Video, das ich aufgrund einer Forum-Konversation mache, lieber Werner, das Video ist für dich. Unten wie immer die Links eingeblendet zum Zahnarztforum. Hier eine kurze Zusammenfassung. Der Interessierte kann sich ja den Beitrag selber durchlesen. Werner fragt mich bezüglich Füllungen. Es geht also, dass der Zahnarzt eine Kunststofffüllung im Seitzahnbereich macht. Da fragt mich der User, wie ist das? Wir kommen so ins Gespräch. Es wird der Kofferdarm erwähnt, es wird erwähnt, wie das geklebt werden soll und, 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 und. Es ergeben sich dann immer weitere Fragen und irgendwann bekommt dann der User seine Zahnfüllung eben ohne Kofferdarm, eben eine Kunststofffüllung in den Seitzahnbereich, hat dann ein bisschen noch Beschwerden und möchte die weitere Prognose wissen. Und es entwickelt sich ein Gespräch über die zahnärztliche Arbeit oder über den Zahnarzt selber. Vorweg, ich kann nichts und ich will auch nichts über einen anderen Kollegen sagen oder über den Urteilen, sondern ich möchte Gedanken entwickeln über Muster. Wie rennt es denn in der Praxis häufig ab? Wieso sind die Dinge, wie sie sind? Und was ist mein Teil, was ich dazu beitrage? Und wie ist das jetzt gemeint anhand dieses Beispiels mit den Zahnfüllungen? Also zuerst einmal, ich versuche nie über meine Meinung zu reden. Ich versuche nie in der Ordination meine Erkenntnisse durchzusetzen, sondern wir sind der Ansicht, es gibt jahrhundertelange Daten in der Zahnmedizin und diese Daten haben sich bewährt und nach diesen Daten richten wir die Behandlung aus. Das Problem ist die Analyse der Daten. Das heißt, man wird sowohl von der Schulmedizin als auch von der Alternativmedizin beschissen. Um das zu erkennen, dazu bräuchte es ein ganzes Studium und dann ein langes Arbeiten in Kliniken. Das heißt, ich war am Anfang von all den Büchern, von all den Studien und, und, und als junger Student, ich war beeindruckt. Man kommt von der Schule, da ist man indoktriniert, da heißt es, so und so sind die Dinge und schau immer auf zum Lehrer und der hat immer recht. Na und dann kommst du in die großen Hallen der Universität und dort sind dann die Gelehrten und, und, und. Und es braucht sehr lange, bis du dann merkst, aha, diese Studien, na Moment, aber die wurden gar nicht so genau wissenschaftlich verfasst. Aha, da stehen jeden Tag vor der Spitalsambulanz irgendwelche Vertreter und preisen ihre Produkte an. Da gibt es aber gar keine Studien über diese Produkte. Aha, aha, aha. Das sind Erkenntnisse, die kommen dann so langsam auf einen zu und es braucht ziemlich lange, bis man sich in diesem Wirrwarr zurechtfindet und erkennt, dass also nicht alles, was glänzt in der Schulmedizin, alles eitle, wo er ist. Dennoch kann man, wenn man sich Mühe gibt, so ein paar Richtlinien herausarbeiten. Wir waren in dem Fall zum Beispiel bei Zahnfüllungen und bei den Zahnfüllungen hat sich's gezeigt, da gibt's also diese Kunststofffüllungen, dazu findet ihr viele Videos auf unserem Kanal. Ich hab wieder die Links unten eingeblendet und man hat dann gesehen, aha, also das Arbeiten in Feuchtigkeit während der Werkstoff da aushärtet, ah, das ist problematisch. Wenn er mal ausgehärtet ist, dann passt's, aber während der Aushärtung ist die Feuchtigkeit blöd. Aha, na was gibt es seit dem 18. Jahrhundert? Den Kofferdarm. Na dann bitte verwendet's doch den Kofferdarm beim Legen dieser Füllungen. Das steht bei allen Komposit-Restaurationen im Kleingedruckten vom Hersteller vorgegeben. Das wird auf allen Universitäten gelernt. Bitte verwendet den Kofferdarm bei Arbeiten mit Kompositen. So, jetzt hab ich hier einen Patienten, den Werner, der also sagt, naja, mein Zahnarzt gibt sich schon sehr Mühe und der arbeitet schon sehr genau und alles. Aber den Kofferdarm verwendet er zum Beispiel nicht. Und es entstand dann so ein bisschen ein Gespräch, was ist ein lieber Zahnarzt oder was ist, für mich ist ein Zahnarzt jemand, wo ich hingehe, um das Zahnleid zu beenden. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ich erwarte mir vom Pappenschlosser, dass er mir erklärt, wieso es zu gewissen Dingen kommt und dass er dann seine Arbeit so macht, wie es der Stand der Wissenschaft vorgibt. Und wenn das nicht passiert, dann kann ich zwar alle möglichen Begründungen finden, das ist dann meistens eine Ego-Geschichte, das eigene Ego. Naja, aber ich hab schon einen guten Zahnarzt gewählt. Und das ist schon ein Lieber. Und das ist schon ein Guter. Und, und, und. Aber die Daten, das heißt, wie eine Füllung gemacht gehört, die entsprechen nicht den wissenschaftlichen Kriterien. Punkt, Ende. Mehr muss man darüber auch nicht reden. Und wenn dann einer zu solch einem Zahnarzt trotzdem geht oder gehen will, dann ist das voll okay. Auch da gibt es nichts zu reden. Aber es entspricht eben nicht den wissenschaftlichen Anforderungen. Jetzt schreibt dieser User, also der Werner, in seinem letzten Beitrag, und da hat er recht, dass also die meisten Zahnärzte oder die meisten Menschen nicht das machen, was sie machen, so wie es gehört. Ja, gebe ich Ihnen völlig recht oder gebe ich dir völlig recht, das ist ein Problem unserer Zeit. Ich hab zu dem Thema sehr viele Videos, es gibt eine eigene Playlist, die nennt sich Gedanken zur Welt. Viele Menschen fragen, naja, was hat das eigentlich mit einem Zahnarzt zu tun? Hat sehr viel zu tun. Man sieht das anhand solch eines Beitrages. Wie ist das gemeint? Machen denn die Bankangestellten das, was sie machen sollen, mit voller Liebe? Dann würden sie doch sagen müssen, du, unser Geldsystem ist eigentlich ein Beschisssystem. Am Ende des Tages gewinnen immer nur die Banken. Macht eine Lidl-Verkäuferin das, was sie macht mit Liebe? Dann müsste sie eigentlich sagen, du, nichts mehr, was über die Ladendecke geht, kann irgendwas mit Bio zu tun haben oder mit Öko. Macht, macht, macht. Ich könnte Ihnen tausende Beispiele bringen, wo wir uns alle bewusst machen sollten, dass wir den Job eigentlich nur machen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Der andere, der dann der Empfänger ist von dieser Leistung, ist uns eigentlich scheißegal. Wir sind zwar perfekt geworden im Greenpainting, im Küsst die Hand, gnädige Pfau, ja, natürlich, und das ist alles Bio. Und, boah, na, also, mir ist das Wohl der Patienten so wichtig. Das ist Greenpainting. Weil die Taten entsprechen einem ganz anderen Licht oder die Taten zeigen ganz was anderes auf. Und ja, es ist ein Problem, sich in der heutigen Zeit in dieser Situation zurechtzufinden. Ich habe zu dem Thema auch schon einige Videos gemacht, wo ich also versuche, Muster herauszufinden. Wieso ist das so? Wieso wird aus einem primär interessierten Lebewesen, ja, der Mensch wird ja interessiert geboren, man beobachtet das bei Kleinkindern, die kann man egal mit was begeistern, mit einem Bleistift, mit einem Nagel, mit einer Münze, das wird alles ganz genau erforscht. Und plötzlich werden dann aus solch einem interessierten Lebewesen Neophobiker. Und, also, Menschen, die Angst vor Neuem haben und Angst vor Gesprächen, Angst vor Auseinandersetzungen. Na, wo ist das? Wo lernen wir das? In der Schule. Da wird alles, was Neues, mit einem negativen Gefühl behaftet. Gut, zu dem Thema gibt es Videos. Kommen wir wieder zurück zu den Zahnfüllungen. Wenn ich also in einer Situation bin, dass ich eine Zahnfüllung bekomme, die also nicht legeatis gelegt wird, ja, dann ist das so, dann finde ich mich damit ab. Es hat dann aber keinen Sinn zu philosophieren, wie lange so eine Füllung halten könnte oder nicht. Mit dem Werner habe ich mich dann so ein bisschen ausgetauscht und es gab da so ein paar Klarstellungen, Richtigstellungen und das ist auch das Problem, so eine Internetberatung. Ich bin ja nie dabei und ich sehe ja nie diese Dinge, was da wirklich passiert. Und deswegen sage ich auch immer, und es steht auch unten im Forum, dass das, was ich da mache, eine allgemeine Formulierung ist. Und ich kann aber zu diesem Thema mit den Zahnfüllungen auch wieder was Allgemeines sagen, nämlich aus der Praxis heraus. Wie ist das gemeint? Tagtäglich gibt es Situationen, wo man als Behandler oder als Mensch, Sie kennen das, nehmen Sie den Bankangestellten, der bei der Kasse steht. Es ist kurz vor Deckenschluss, also vor Ladenschluss und es kommt jemand rein und möchte sich informieren, ist es gut, den Kredit zu nehmen oder ist es doch besser, länger zu sparen oder egal, man hat einige Alternativen. Und der Bankangestellte weiß genau, naja, wenn er ihn jetzt wirklich laut Lehrbuch berät und so wie es gehört, na dann sitzt er mit der mal eine halbe Stunde und eigentlich könnte er in fünf Minuten zu Hause gehen. Na, was für eine Empfehlung wird er ihm dann geben? Und was, glauben Sie, will, da rennt es in zahnärztlichen Ordinationen ab? Da ging es also bei diesen Patienten darum, ob man ein Keramikinle machen soll oder nicht soll. Und dann erzählt mir der Patient so ein paar Dinge, die in ein Schema passen, das ich aus der Ordi sehr gut kenne. Aber, das muss ich betonen, ich kann nicht sagen, ob es bei diesen Patienten so ist, weil ich war ja nicht dabei. Aber ich habe zigmal erlebt, wie Zahnärzte, weil sie zum Beispiel irgendwelche Werkstoffe haben, die kurz vorm Ablaufen sind oder abgelaufen sind, dann halt den Patienten lieber eine Kunststofffüllung eindrucken. Und genau bei der gleichen Situation im nächsten Moment beim anderen Patienten, weil sie den Kunststoff nicht mehr haben, kann dem Patienten eine Keramikinle einreden. Und das ist etwas, das passiert in jeder Berufsgruppe. Das ist nicht etwas, was jetzt nur einen Zahnarzt oder einen Mediziner, so etwas beobachtet man immer wieder. Und das erfordert enorm viel Reflexion. Es erfordert eine sehr straff durchorganisierte Ordination, damit zum Beispiel Materialien nicht ablaufen und immer nur so viel eingekauft wird oder so viel am Lager ist, wie notwendig. Ich habe dazu ein eigenes Video, werde vielleicht wieder mal ein neues machen. Unsere Lagerverwaltung mit Strichcode, mit Lesekode, das gewährleistet ist, dass Produkte eben nicht abbrennen, dass ich dann nicht in den Zugzwang komme, emotional, du, verwende ich das jetzt noch schnell oder haue ich lieber weg, haue ich Geld weg. Das sind dann die Dinge, wo man damit konfrontiert ist. Nur darüber wird ja nie gesprochen in unserer Zeit. Nach außen wird dann immer so getan, ja, alles super, alles gut. Bitte, ich habe jetzt diese Ordination, die ich umgebaut habe. Das war eine ehemalige Zielpunktfiliale, ein Lebensmittelgeschäft. Was glauben Sie, wie die Kühlkammer dort ausgesehen hat? Ich habe Fotos, wir haben Fotos gemacht, wie wir Schimmel, Schwarzschimmel, wirklich so dick von den Wänden geschabt haben. Das war die Kühlkammer, wo das Fleisch liegt. Das war normal. Außen an der Decke, alles bio, alles gut. Das heißt, das ist ja unsere Realität. Und ob bezüglich den Zahnfüllungen jetzt wieder. Es erfordert sehr viel Organisation und, 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 dass die Patienten immer die gleiche Aufklärung bekommen. Ich bin immer wieder konfrontiert in der Ordination mit Menschen. Ich wohne hier im 19. Gemeindebezirk. Das ist so ein bisschen ein besserer Bezirk in Wien. Und da habe ich auch die Ordination. Und es kommen immer wieder Damen zu uns oder ältere Herren, die halt gewohnt sind, so ein bisschen bevorzugt behandelt zu werden. Und wir behandeln alle gleich. Das heißt, jeder bekommt die gleiche Aufklärung. Dazu gibt es ein eigenes Aufklärungssystem. Passt, gibt es auch in den Videos Patientenaufklärungssystem. Jeder kriegt die gleiche Dokumentation und jeder kriegt die gleiche Empfehlung. Und dieser Zugang zum Beispiel, der kostet mich Patienten. Denn ich weiß ganz genau, würde ich bei dem einen oder anderen einen anderen Hebel bedienen? Das heißt zum Beispiel bei so einer alten Dame mit, ja, küsst die Hand, gnädige Pfau und kummen sie, ja. Und Kiefergelenkschmerzen haben sie, oje, da müssen wir jetzt. Dann würde ich die Ordination viel mehr auslasten können. Ich sage das immer wieder, auch in der Ordi zu den Kollegen. Wir könnten, würden wir auf diesen Zug der Schulmedizin aufspringen und die Schienentherapie und die Kranium-Mandibuläre Dysfunktion, das sind jetzt so ein paar Worthülsen. Da geht es zum Beispiel um erfundene Erkrankungen, mit denen man dann in der Ordi super Kohle machen kann. Schienen, Myopathie-Schienen werden für 250 Euro verkauft. Na, ich könnte locker jeden Tag 10, 15 solcher Schienen verkaufen. 3.000, 4.000 Euro Körberlgeld mit, nur durch solche nicht evidenzbasierten Methoden. Oder Bio-Zahn-Implantate. Gibt ein eigenes Video dazu. Habe eine Anzeige bekommen von einem Kollegen, der Bio-Zahn-Implantate propagiert hat. Habe dann von dem Kollegen Daten verlangt. Die Anzeige oder das Anwaltsschreiben wurde dann zurückgezogen. Ich könnte Ihnen tausende Dinge nennen, wo ich die Ordination oder meinen Umsatz verzehnfachen könnte. Wieso ich das nicht tue? Letztendlich, weil ich durch ein anderes Geschäft, durch das Internet-Business, in einer Situation war, wo ich erkennen durfte, das Geld nicht glücklich macht. Du kannst in einem Cayenne, in einem SL, in einem GL, in einem sitzen. Du kannst mit Frauen aufwachen. Du machst dir alles nicht satt. Was letztendlich satt macht, ist einfach ein gutes Gefühl, dass man den oder den anderen, den man da behandelt hat, wie die eigene Mama, wie den eigenen Papa, wie bei der eigenen Tochter. Genau so haben wir die Behandlungen bei Denta Boutet ausgelegt. Nicht nach meiner persönlichen Meinung, sondern nach evidenzbasierten Kriterien. Und wenn sich diese Kriterien ändern, dann ändern wir das Verfahren in der Ordi. So einfach ist das. Das heißt, das ist ein Zugang zu einer Thematik, anhand dieser Zahnfüllungen illustriert, geht es nach meiner Meinung, nach meinem Ego, nach meiner Gewinnmaximierung. Und da kann ich den Patienten auf tausenden Dingen übers Ohr hauen, wenn ich das will. Oder geht es um das Wohl des Menschen, um das Zahnleid zu beenden. Und um jetzt herauszufinden, wie es bei dir war, Werner, oder was bei dir das Beste sein sollte, das kann niemand im Internet oder für dich herausfinden. Aber, das ist ganz einfach, was ich für ein Muster jetzt aufstellen kann. Wenn du selber jemand bist, der in deinem Job immer wieder Menschen übers Ohr haut, oder immer wieder sozusagen, manchmal auf Kosten des Anderen, so ein bisschen die Kurve kratzt, dann wird dir im Leben immer wieder das Gleiche, ein bisschen in abgewandelten Formen begegnen, bis du damit aufhörst. So blöd, wie das klingt. Das ist, ich bin jetzt 44, wenn ich mir das Leben so betrachte, und wenn ich es mir so ansehe, dann kann ich dieses Muster daraus lesen, dass es nicht um Zahnfüllungen, nicht um Lebensmittel, nicht um diesen ganzen Mist geht, sondern es geht darum, wie gestalte ich mein Leben selber, wie ehrlich und wahrhaftig bin ich zu dem Anderen, und ich werde genau das immer wieder bekommen, bis ich es gelernt habe. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen helfen können, mit diesen Zahnfüllungen, und mit dieser Hilfe bezüglich der Problematik, einen Zahnarzt zu finden, der es so macht, wie es eben laut Lehrbuch gehört. Es bedeutet nicht, dass, weil es jetzt nicht so gemacht wurde, dass du damit Probleme bekommst. Das kann dann niemand sagen, wie sich diese Geschichte entwickeln wird. Und wenn ich bedenke, dass die meisten zahnärztlichen oder medizinischen Behandlungen nicht nach evidenzbasierten Kriterien ablaufen, und wir trotzdem alle älter werden, dann ist das eh nicht so ausschlaggebend, wie oder was die Medizin macht. Aber eines sollten wir dabei auch nicht vergessen. Stellen Sie sich die Welt vor, wie es wohl wäre, würden wir alle alles gewissenhaft, hundertprozentig, und für den Anderen perfekt machen. Vielleicht hätten wir dann ja ein Paradies. Und auch das sollte man nicht vergessen, dass wir ja nie sagen können, wie es sein könnte, würden wir all das, was wir machen, perfekt machen. In diesem Sinne, alles Liebe.